So, Aufmerksamkeit für den ersten Springer im zweiten Nullgang. Oskar Lüdecke, unsere heutige Nummer 1. Das war ein sehr guter Sprung. Ich stelle Nummer 7, Nico Kustuli. Das war ein sehr guter Springer. Das war's für heute. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Der nächste Springer ist der Stand Nr. 49, Viktor Schöster, Lisboa Polen. Und das war noch ein wichtiger Film, aber wir haben einen Film, Max Unglaube, von Dortmund und WSV. Mit der Stand Nr. 55, Jörg Sten Gleis, Estland. 50, Florian Schneider, WSV Bad Freien-Walder. Die Stand Nr. 61 trägt Andrzej Radicek, LKS Poloniersk, Polen. So, nun kommt die Vorjahssiegerin, also Brandenburgische Meisterin 2015. Die Stand Nr. 64, Alise Krasilchikova, WSV Sport mit 38 Metern, schon in der Tolle Sache vorgelegt. Mit der 65, Lea Franke von WSV Hans-Berode. Johanna Wiesberg, Travatsa, WSV. Die Stand Nr. 65, Lea Franke von WSV. Der neue Brandenburgische Landesmeister in Skispringen des Spezials von Norden ist Oskar Jüdiger von WSV 93.23, Skikawandel Handelnohr. Die Stand Nr. 65, Lea Franke von WSV. Die Stand Nr. 65, Lea Franke von WSV. Die Stand Nr. 32, Lea Franke von WSV. Die Stand Nr. 66, Lea Franke von WSV-N-Rochis. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.